Das Endlager Konrad in Niedersachsen. Es ist das erste nach Atomrecht genehmigte Endlager in Deutschland. Hier können zukünftig bis zu 303.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle entgelagert werden. Die Geologie wurde wissenschaftlich untersucht und hat sich als geeignet erwiesen. Dicke Tonschichten verhindern das Eindringen von Wasser. Bis zur Endlagerung lagern die radioaktiven Abfälle in Zwischenlagern und Landessammelstellen in ganz Deutschland. Sie müssen endlagergerecht verpackt und nach Konrad transportiert werden. Derzeit wird das Bergwerk zum Endlager umgebaut. Dafür werden die beiden Schächte saniert und die notwendige Infrastruktur über und unter Tage errichtet. Dazu gehören unter anderem eine Umladestation, Transportstrecken und die Einlagerungsbereiche. Die Abfallbehälter werden später in einer Tiefe von rund 850 Metern eingelagert. Um die Langzeitsicherheit zu gewährleisten, werden nach der Einlagerung alle Hohlräume verfüllt. Die Planungen für das Endlager Konrad sind viele Jahre alt. Deshalb wird derzeit überprüft, ob die sicherheitsrelevanten Anforderungen noch dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Derzeit wird das Bergwerk zum Endlager umgebaut.